So liebe Kinder Gipfein Acht, ich habe euch was mitgebracht und zwar aus meinem Garten. Ein paar Tomaten. Ja, eine Fleischtomate und sie hat über 300 Gramm. Ja, sie wächst einfach so bei mir im Garten. Ja, das nicht nur wegen dem guten Dorm, sondern wegen der guten Erde, die ich geschaffen habe. Ja, hier zu uns allen guten Appetit, die jetzt essen und gesund leben wollen. Nein, also eine Bio-Tomate in Demeter-Qualität, das kann ich in meinem kleinen Garten selbst erzeugen. Ja, und gesundes Essen, das kann ich wirklich nur selbst machen. Echte Lebensmittel, das braucht der Mensch. Die kleinen Teletubbies, die im Kindergarten, in der Kinderkrippe, im Schulkindergarten, in der Schule oder bei Ostfalia oder auch bei VW. Ja, oder im Land leben, was es lange nicht mehr gibt. So, Silenzium, guten Appetit, mach mit, mach nach, mach's besser.